Burgers neuer Film heißt Lincoln und was Hollywoods Großmeister, aus dem ja in der Tat Kinoreifen, Leben und auch Sterben des amerikanischen Präsidenten gemacht hat, das erzählt uns gleich David Eisermann. In der letzten Woche haben wir hier ein großes Thema der amerikanischen Geschichte im Kino verhandelt, die Sklaverei von Quentin Tarantino, als Spaghetti-Western gewissermaßen auf die Leinwand gebracht. In dieser Woche geht es wieder um großes amerikanisches Kino mit einem historischen Thema. Steven Spielberg kümmert sich um den amerikanischen Präsidenten, der die Sklaverei abgeschafft hat, Abraham Lincoln. Lincoln, so heißt der neue Film. Ist das, David, das, was man auf gut Deutsch einen Biopic nennt? Könnte man erwarten. Eine Filmbiografie oder vielleicht auch ein Schlachtendrama, in dem man die Nordstaatler sieht, wie sie die Südstaatler bekriegen. Aber alles das ist es nicht. Es ist tatsächlich etwas ganz Ungewöhnliches. Es ist sozusagen ein Film über Demokratie, über eine Abstimmung im amerikanischen Parlament, im Kongress, im Repräsentantenhaus. Und es ist ein Film über ein Thema, über das es bisher eigentlich nie eine Geschichte gegeben hat. Die Grundlage für diesen Film bezeichnenderweise ein historisches Sachbuch. Team of Rivals heißt die Buchvorlage. Und Steven Spielberg selbst hat ganz gut erklärt, worum es im Kern in seinem Film geht. Spielberg erzählt uns hier gerade, dass er sich vorgenommen hat, diese wenig bekannte Geschichte zu erzählen. Den Kampf um den sogenannten 13. Zusatz zur Verfassung, so hat man die amerikanische Verfassung geändert, indem man einfach Zusätze beschlossen hat. Um das komplizierte Geschehen verständlich zu machen, hat er sich vorgenommen, das Kinopublikum einzubeziehen. Das ja anders als viele der beteiligten Figuren im Film weiß, dass die Sklaverei und ihre Schrecken ganz inakzeptabel waren. Das gilt auch für die Schrecken des Bürgerkriegs. Beides erscheint also kaum oder gar nicht im Film. Interessanterweise wird der amerikanische Präsident von einem irischen Schauspieler dargestellt, Daniel Day-Lewis. Was für ein Bild zeichnet er von Abraham Lincoln? Daniel Day-Lewis ist dieser wunderbare Menschendarsteller, der hier natürlich mit sehr viel angeklebten Gesichtshaar und zum Hühnen sozusagen wie auf Stelzen, weil Lincoln ja unglaublich groß war für seine Zeit, diesen amerikanischen Präsidenten gibt. Das alleine ist schon ein Verwandlungskunststück. Und er spielt ihn eben nicht nur als Präsident, er spielt ihn als Familienvater, als Ehemann. Die Ehefrau von Lincoln hat ja für die Zeit auch eine ganz besondere Rolle. Als Juristen, er war ja eigentlich ein Feld-, Wald- und Wiesenanwalt, der von den Leuten in der Hauptstadt gering geschätzt wurde und hat sich dann zu dieser historischen Figur gemausert als Politiker, der erstaunlich kompromisslos und entschlossen dann wirklich mit seinen Gegnern umzugehen weiß und dabei aber auch sehr bauernschlau ist. Also dabei ist er aber ein Mensch, der sich selbst treu bleibt. Und das ist wirklich so ein Balanceakt. Wie gut kann ich so einen Helden darstellen und dass es noch interessant bleibt? Spielberg ist ja ein großer Unterhaltungs- und Illusionskünstler, der auch große historische Stoffe, siehe in München, das Olympia-Attentat, der daraus echte Thriller basteln kann fürs Kino. Was macht er denn hier jetzt aus diesem Lincoln-Stoff? Wie Sie sagen, er hat diese historisch-politischen Filme gemacht neben seinen Unterhaltungsfilmen. Amistat zum Beispiel war bereits ein erstaunlicher Film über die Früh- und Vorgeschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Und das hier ist wirklich ziemlich kompromisslos. Es ist ein Sprech- und Dialogfilm, ein Schauspielerfilm mit zahllosen Rollen nach einem Drehbuch eines in den Vereinigten Staaten sehr bekannten und vielfach ausgezeichneten Theaterschriftstellers, Toni Kuschner. Er hat Janusz Kaminski, den Chefkameramann, dazu gebracht, dass der die Bilder so im Stil des 19. Jahrhunderts von Gemälden anlegt. Es ist also sehr dunkel in diesem Film. Es wird unglaublich viel geredet. Es ist etwas ganz Seltenes, ein Film über Demokratie, ein Debattenfilm, für den man wirklich sehr viel Geduld, sehr viel Interesse mitbringen muss. Man kann sich natürlich an den Leistungen der Schauspieler, wunderbare Leistungen, James Spader, Tommy Lee Jones und so weiter, die spielen sich da wirklich die Seele aus dem Leib. Aber ich denke mal, zumindest auf unserer Seite des Atlantiks hat man jetzt nicht so unbedingt die Vertrautheit mit der amerikanischen Geschichte, dass man immer sagt, Mensch, das ist ja Vizepräsident so und so, der da reinkommt. Also man muss es wirklich auch als Schauspielerfilm und als großes Debattenkino genießen können. Das heißt, wir erfahren auch etwas über dieses sehr amerikanische Parteiensystem Republikaner und Demokraten? Völlig irre. Diese beiden Parteien, die uns heute so vertraut sind, die Demokraten und die Republikaner, spielen eine ganz entscheidende Rolle in diesem Film. Aber es ist eine verkehrte Welt. Lincoln ist Republikaner und handelt politisch fortschrittlich, muss auch wirklich aus seiner Partei alle da mitnehmen. Und die Demokraten, die erscheinen eben als die Partei der Südstaaten und die sind wirklich die leidenschaftlichen Rassisten. Also das Hängen am Rassismus und dabei bleiben, also wirklich Herzensangelegenheit ist. Und wie Spielberg das darstellt, wie gnadenlos die darauf eingestellt sind, das wirklich alles so beizubehalten. Oder, und darum geht es eigentlich, es wieder zurückzurollen. Deshalb hatte Lincoln diese große Sorge am Ende seines Lebens, die Handlung spielt in den allerletzten Monaten und Wochen seines Lebens, allerdings, dass nach dem Kriegsende Gerichte alles, was er erreicht hatte, wieder zurückrollen würden. Und das war der Grund, weshalb unbedingt die Verfassung geändert werden musste. Erst wenn die Verfassung geändert war, würde die Sklaverei nicht mehr wieder eingeführt werden können. Und das wussten auch die Rassisten. Und deshalb waren sie am Ende auf Mord aus. Komm noch mal abschließend, David, auf Tarantino zurück, der das gleiche Thema aufgreift. In Django Unchained, die Sklaventhematik als Spaghetti-Western und jetzt Lincoln von Spielberg. Beide Filme gehen natürlich als Favoriten in die Oscars rein. Ich möchte jetzt nicht fragen, wer hat die besten Oscar-Chancen, aber wer ist denn derjenige, der dieses Thema besser umsetzt fürs Kino? Ist das nicht verrückt, dass uns das zur gleichen Zeit erreicht, dieser Tarantino-Film Django Unchained und Lincoln? Beide mal das Thema Sklaverei. Und das Verblüffende ist, dass ich eigentlich wirklich sage, Django Unchained erscheint mir künstlerisch als der bessere Film. Er ist origineller in der Wahl der künstlerischen Mittel, klüger in der Weise, wie er Fernsehserien und Genre-Filme der 60er, 70er Jahre regelrecht sampelt und daraus etwas Neues macht. Eines ist Tarantinos Film nicht. Und das ist vielleicht hierzulande auch einfach falsch behauptet worden. Das ist keine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema der historischen Sklaverei und ihrer Abschaffung. Darin ist Spielberg-Film weitaus besser. Lincoln, so heißt der neue Film von Steven Spielberg, kommt morgen in unsere Kinos. Für uns gesehen von David Eisermann. Herzlichen Dank.